Wie geht es Ihnen? Wie ist die Stimmung? Ja, uns geht es fantastisch. Sie sind ja auch eins der hübschesten Paare hier heute Abend. Eben wurde schon viel geküsst. Was macht Nathalie für Sie so besonders? Ja, jetzt kommt's. Musst du aufpassen, was du sagst. Nein, man muss sich ja ein bisschen kurz halten, das ist ja das Problem. Nein, wir haben sehr viel Gemeinsames, was wir sofort untereinander verstehen. Das ist besonders an uns beiden. Und an ihr ist natürlich besonders, dass sie besonders schön ist. Was ist doch nur Susi? Was macht ihn für Sie zum Traummann, Nathalie? Seine blauen Augen. In die habe ich mich sofort verliebt. Einfach alles. Ich liebe alles an ihn. Können Sie sich auch mehr vorstellen? Hochzeit, Kinder? Vorstellbar ist alles. Aber wir müssen es ja nicht übertreiben vom Tempo her. Also das ist auch so ein bisschen immer die Schwierigkeit. Wenn man in der Öffentlichkeit eine Beziehung lebt, dann lebt man ja nicht sich selbst, sondern dann lebt man ja nur so das, was man zeigt. Und insofern ist so für uns die Zeit immer wichtig, die wir eben nicht auf dem roten Teppich stehen, sondern vielleicht nicht zu entdecken sind. Wie hat es denn zwischen Ihnen gefunkt? Wer hat wen erobert? Darf ich mal so fragen? Ich glaube, dass... Ja, das... Ich würde jetzt ohne ihn hier gar nicht stehen. Wie hat er das geschafft? Mit seinen Augen, mit seinen Blicken. Das stimmt, die Augen waren der Anfang. Danke sehr.